Meist der Schütze, diesmal nicht. Und dann wird es auch gefährlich, der war das Tor. Das ist nicht zu glauben, Christian Sauter. 1-1. Klasse Freistoß. Ja, das schauen wir uns bitte auch nochmal in aller Ruhe an. Über die Mauer rüber. Und da streckt er sich vergeblich, der Stoßmann. Von Werder Bremen. Aber klasse gemacht hier. Mit dem linken Fuß. Ein riesen Freistoß. Und es steht 1-1. Und das Spiel ist mächtig interessant, schlagartig.